Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute darf ich euch ein Produkt zeigen aus dem Hause Olight und zwar die S2R Barton II. Bis zum nächsten Mal. Ich schaue mir die Lampe einmal an. Ich habe ja, wie man so sehen kann, schon einige Auflager und was diese Lampe hier, eine LED-Taschenlampe, ganz besonders macht, das zeige ich euch jetzt im Verlauf dieses Videos. Fangen wir zuerst einmal an mit dem, was man immer so macht, auspacken. Die Firma Olight ist ein ursprünglich chinesisches Unternehmen, soweit ich es herausfinden konnte, und hat eine ziemlich gute Niederlassung in Deutschland. Und das ist das, was schon direkt ein großer Pluspunkt meines Erachtens ist. Näheres komme ich gleich dazu, wenn es dann so geht, wie das mit dem Ganzen funktioniert. Die Olight-Taschenlampe ist relativ klein, finde ich, im Gegensatz zu den anderen, die ich so stehen habe. Und ob die was kann, das testen wir gleich. In der Box ist weiterhin noch eine Menge Zubehör, wie immer so. Es gibt, wie bei fast allen chinesischen Taschenlampen, ein schönes Säckchen, was 50 Mal größer ist für das ganze Zubehör. Und alle um und dran, wo man die Taschenlampe und noch ein paar Freunde reinkriegt. Ich weiß nicht, was das soll. Die 2 Cents hätte man sich sparen können. Zack, es gibt eine schöne Anleitung, schrägstechnische Anleitung, das ist ja das Werbebläckchen dazu. Und dann haben wir noch die Anleitung. Auch typisch eigentlich ist viele Sprachen, sehr klein geschrieben, als Brillenleser hier, Brillenträger, ist das ein bisschen schwierig. Aber das Wichtigste siehst du sofort, nämlich zum Beispiel, dass man zuallererst ein Sicherungsplättchen entfernen muss. Das sieht man hier jetzt wahrscheinlich im Video nicht so gut. Ich wende das mal ein bisschen. Dieses ist hier vorne eingebaut, weil die Olight-Taschenlampe kommt auch direkt mit einem passenden Akku. Gut, gehen wir darauf gleich ein. Wir haben ein Armband, wo man das so festmachen kann, so wie man es dran machen möchte. Hier ist ganz besonders zu erwähnen, man hat ein bisschen dran gedacht, wenn man diese dünnen Bändchen hier einführen möchte in die Taschenlampe, dann ist das aber schwierig, das da so rein zu puscheln. Und die haben hier so einen ganz kleinen dünnen Draht gemacht, der auch relativ stabil ist, finde ich. Und den kann man hier zur Einfädelhilfe benutzen, damit das dann hier durchgeht. Zack, dann hat man es dran. Aber ich bevorzuge es ohne Bändchen, deswegen lasse ich es mal zur Seite. Dann gibt es noch so etwas Lustiges hier. Eine Ladestation mit USB und noch eine weitere Klammer ist hier drin enthalten. Die lege ich mal beiseite, weil ich zeige euch kurz, wie die drauf ist. Zack, die ist sehr stark gespannt. Macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck dafür, dass es aus China kommt. Da habe ich schon deutlich schwächere Metallklammern gesehen. Die hat also eine sehr große Spannkraft hier drum. Sieht aus wie mit der Farbe Blau sehr schick aus. Hat auch die Olai-Taschenlampe selber, also die S2R Barton II, so heißt sie. Hat wie vorhin auch so einen schönen blauen abgesetzten Rahmen. Das ist ja gerade immer so trendig, so LED-Licht, auch bei Autos, ist immer so blau abgesetzt. Finde ich ganz nice. Lassen Sie es mal dran. So. Und was bei der Klammer auch noch auffällt, ich hoffe, das kann man an der Kamera hier so ein bisschen sehen. Die ist so zweigeschweift. Normalerweise kennt man das wie beim Kugelschreiber, dass sie nur in eine Richtung geht, sodass man von hier irgendwas darunter macht. Man könnte zum Beispiel hier, ach jetzt kann ich mal ganz kurz die Tasche als Beispiel nehmen. Man könnte jetzt hier so, zack, wenn das mein Gürtel wäre, hätte ich jetzt die Taschenlampe am Gürtel angeklemmt. Wenn das meine Mütze wäre, könnte ich die hier oben auf der Mütze als Schirmmütze quasi haben. Und was auch geht, ist die andersrum montierend, weil die ja auch noch auf der anderen Seite offen ist. Auch so rum. Ein bisschen schwierig wird ein Finger. Auch sehr, sehr gut straffhaltend. Man könnte die also auch irgendwo, so am Revers, oder sowas einklemmen, wenn man das Licht unten braucht. Also auch ziemlich praktisch, finde ich. Nicht schlecht. Ja, Verarbeitung. Eigentlich auf den ersten Blick erstmal nichts, was mich umhaut. Wenn ich mal so durchgucke, ich habe hier verschiedene LED-Taschenlampen. Die haben alle dieses Flugzeug Aluminium. Die haben alle irgendwie was Geriffeltes oder dieses, wie sagt man, Militär-Look oder sowas. Aber hier ist wirklich die gesamte Oberfläche sehr, sehr griffig. Das heißt, auch mit baren Händen kann ich da sehr gut festhalten. Was ich mal vergleichen könnte, hier ist man schon nur so gerade griffelt. Das heißt, hier ist ein Tropfenrutschig. Die hier ist auch überhaupt nicht so griffig von der Oberfläche her. Vor allem würde die auch relativ gut rollen, wenn wir mal so gucken. Und das ist bei der Oberfläche eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hier hinlege, dann rollt die Maxima bis zum Bügel in die andere Richtung, bis zum Schalter, der ja auch ein bisschen erhaben ist. Also viel Rollen ist da nicht mit. Ja, kommen wir vielleicht zum Inneren. Wenn ich das Gehäuse öffne, dann fällt mir was auf, was ihr jetzt nicht so hören können werdet. Weil wenn ich das aufmache, dann höre ich eigentlich nur ein Rattern. Das ist die Metallfeder. So, die hier, ich habe es gehört, die hier auf diese Zähne drauf schlägt. Das Gehäuse ist sehr gut gefettet, es kratzt nicht. Ich habe das bei den anderen China-Lampen ganz oft, dass ich, wenn ich die zuschraube, und die sind auch dann neu, dass die dann so anhören, als wenn da Sand im Getriebe wäre. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ja, nächstes, was mir auffällt, also ganz kurz mal die Anmerkung. Ihr würdet jetzt hier an der Stelle so diesen gelben Wimpel finden, den man natürlich entfernen muss, damit jetzt die Batterie auch Kontakt hat. Das heißt, die Batterie ist im Lieferumfang inbegriffen. Ist auch nicht selbstverständlich bei den chinesischen Taschenlampen. Und dann gucken wir uns mal die Batterie selber an. Davon abgesehen, dass die auch ziemlich cool ist mit ihrer Farbe. Olight, 3,6 Volt, eine 18650 mit 3200 mAh. Also absolut in dem mittleren Segment dieser 18650er Batterien. Wenn ihr da mal schauen wollt, ich habe hier verschiedene, zack, 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 von Ultra Fire, von Holy Fire und jetzt auch noch von Olight. Das ist von 3600 bis 3400, 3200, alles dabei. Aber wenn man es ganz genau nebeneinander stellt, dann sieht man hier so einen ganz kleinen Unterschied. So, die rote, also die Ultra Fire, ist ein bisschen kleiner. Macht in der Taschenlampe nichts aus, funktioniert trotzdem. Bedeutet aber ganz klar, dass hier auch eine unterschiedliche Größe ist. Das kommt dadurch, dass hier der Circuit Day Owner, also hier ist so ein Kurzschlusssicherungsmechanismus drin, der ist hier etwas dünner ausgefeilt. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, kann ich euch so nicht sagen. Da müssten wir jetzt in die Elektronik gehen und das ist nicht der Sinn des Videos. Auf jeden Fall ist das ziemlich cool, dass man mit einem gängigen Akku kommt, weil diese Hochleistungstaschenlampen, die würden mit einer doppelten A-Batterie, habe ich immer eine, ne leider nicht, oder mit solchen 3A-Varianten wie dieser hier, würden die nicht lange auskommen. Das ist irgendwie hoffnungsloser Feier, ne? Weil da ist natürlich auch viel Power drin. Wie viel Power, erkläre ich und zeige ich euch nachher noch. Auffallend ist weiterhin, ich habe die nochmal hier rein getan, merkt ihr was? Die Seite, ist die flache Seite, ist der Minuspol. Der Flusspol wird nach innen, also in das Gehäuse nach innen gesetzt. Das ist anders als bei den gängigen. Und das ist auch klar warum, zeige ich euch jetzt. Ich mache das ein kurzer da drauf. So. Hinten dran, seht ihr einen total tollen Ring, mit welchen charakteristischen Eigenschaften. Nicht nur, dass der rund ist, nein, der passt super auf dieses Ding her. Und dieses Ding ist der USB-Lader. Hopp! Das war magnetisch. Ja, USB-Lader. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, auch im Vorfeld, als ich das Produkt das erste Mal erlebt habe, war ich da sehr skeptisch. Ich habe überlegt, so USB, so ein Akku, das sind 3400 mAh, wie ich meine, ja. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge mAh. Komm, ich gucke mal schnell nach. Das sind 3200 in dem Fall, ja. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge mAh, die ihr da laden müssen. Und ob sich da mein PC so freut, über den USB-Ausgang das zu versorgen, ich weiß nicht. Dazu sage ich bitte Folgendes erläutert. Also, dieser USB-Anschluss ist ein normaler Standard-USB-Anschluss, ganz normal. Manche PCs haben einen Standard-USB 2.0-Anschluss. Die können unter Umständen noch mit 0,5 Ampere beschriftet sein. Das wäre relativ ungünstig. Das heißt, daran könnt ihr maximal einen USB-Stick anstecken oder ein Headset oder so was. Das würde für leicht funktionieren. Aber so etwas Hochkarätiges oder gar ein Handy damit laden, wäre nicht möglich. Denn jedes Handyladegerät hat mindestens 1 Ampere. Und die meisten etwas hochpreisigeren Mobiltelefone kommen schon mit 1,5 bis 2 Ampere sogar auf den Markt. Und das ist wiederum der Vorteil. Ihr könntet mit diesem USB-Stecker auch an euer Handyladegerät dran. Das heißt, das ist einfach nur 5 Volt mit zum Beispiel 2 Ampere Ladekapazität. Das regelt automatisch runter. Das heißt, wenn das Empfangsteil hier nur 1 Ampere kann, dann regelt das die Technik runter für euch. Das ist nicht schlimm. Genauso andersrum. Wenn das nur 0,75 liefern würde, dann dauert es halt länger. Ich denke euch einfach so, das ist so die Masse an Strom, die durch das Kabel muss. Und das Kabel ist für eine bestimmte Kapazität ausgelegt. Alles andere regelt die Technik. Soweit klar. Ich habe mir also erstmal gedacht, okay, bevor ich das hier teste, ich bleibe erstmal, ich muss ja schnell, ich brauche Power, ich muss jetzt, zack, zack, ich will die Taschenlampe für euch testen. Also habe ich mein normales Ladegerät genommen. Das ist dieser Intelli-Charger hier von Nightcore. Und wie man sieht, hat der vier Schächte. Und wenn ich mir das hinten genauer anschaue, die vier Schächte sind aufgeteilt in genau zwei Stromkreisläufe. Bedeutet, dass ich die linken oder die rechten beide jeweils zusammenzählen kann. Also links zwei, rechts zwei. Und jeweils die zwei bieten 0,75 Ampere. Wenn ich nur zwei solcher Kreisläufe nutze. Wichtig ist, ich darf die nicht beide links und nicht beide rechts nutzen. Weil dann würde der hier diesen Kreislauf schalten und den schalten. Naja, okay. Auf jeden Fall ist das so, ich habe hier 0,75 Ampere, mit denen ich hier laden kann. Mit dem habe ich 1 Ampere. Also mehr. Und das über ein Handy-Ladegerät. Also, ich habe einen Test gemacht. Hiermit bin ich ungefähr 4 Stunden 50, glaube ich, waren es, am Laden gewesen. Und hier waren es 4 Stunden 10. Es ist nicht weltbewegend. Es ist ja auch nicht der Riesenunterschied. Aber bis so ein 3200 Milliampere Akku vollgeladen ist, das dauert. Naja, wie dem auch sei. Am Ende vom Lied war das innerhalb von knapp 4 bis 5 Stunden vollgeladen, der Akku. Ich habe mehrfach auch probiert, die Lampe zu entladen, jetzt in den letzten Tagen. Wenn man nämlich hier, zack, mal irgendwann gleich ein bisschen anmachen. Das ist übrigens Moonlight, übrigens, ja. Man sieht ja hier so ein bisschen auf dem Tisch und auf dem Tuch hier. Ist nicht gerade viel Licht, aber so, wenn man im Zelt abends irgendwie sitzen würde und auch noch ein Buch lesen möchte, ist das ziemlich cool. Die, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe die Ladezeit also geprüft und das aufgrund dessen, dass ich natürlich auch wissen wollte, wie lang läuft denn nun wirklich hier die Laufzeit bei so einer Taschenlampe. Die hat verschiedene Modis. Ich zeige das mal einmal ganz kurz. Das erste, was ihr gesehen habt gerade, ist Moonlight. Ist also nur sehr, sehr, sehr schwach zu sehen. Dann kann ich da nochmal draufhalten. Zack, das ist jetzt die Low-Stufe. Bei Low, oder ich fange mal andersrum, die Moonlight hatte 0,5 Lumen, also wirklich ganz wenig. Und da sagt man, 0,5 Lumen würde bei einer vollen Batterie 60 Tage halten. Also die Zeit hatte ich noch nicht zum Testen. Ist auch ein bisschen Quatsch jetzt für mich. Die Stufe hier sind 15 Lumen und soll 100 Stunden halten. Die nächste Stufe, warum schon heller, sind 120 Lumen und soll 14 Stunden halten. Dann gibt es die hohe Stufe, das ist diese hier, 400 Lumen mit 4 Stunden Laufzeit. Und jetzt, pass auf, 1, 2, zack, ach, ziemlich heiß. Machen wir wieder aus, blub. Das waren 1150 Lumen. Und hier habe ich am Anfang nicht verstanden, was die meinen. Da wird ausgeschrieben, 2 plus 230 Minuten. Ich denke, warte denn jetzt, 2 Stunden, 2 Minuten oder was? Ne, ich nehme das schon mal vorweg. Ich werde gleich noch den Außentest mit euch machen, wenn man den Turbo-Modus benutzt. Das Ding ist wirklich grell, grell, brutal grell. Aber in dem Moment wird so viel Energie hier freigesetzt, dass die Taschenlampe nach 2 Minuten selbstständig von dem Turbo-Modus in den hohen Modus mit 400 Lumen herunterschaltet. Ihr habt in dem Zeitraum ungefähr anderthalb Volt verbraucht. Also, ich habe die Batterie gemessen zu jeder Zeit bei meinen Tests. 4,17 Volt ist die Startspannung. Und nach diesem Test hatte ich 3,2 Volt. Also schon ziemlich herabgesetzt das Ganze. Aber damit hat sich die Turbo-Schaltung deaktiviert. Ich konnte sie auch danach nicht mehr einschalten. Plus, dass diese 2 Minuten verdammt lang sind. Und die wird echt warm. Also jetzt nicht unangenehm warm. Da habe ich hier mit dem Modell, die übrigens nur, Moment, muss ich mir belümpeln. Zack, zack, zack. Die hatte 900 Lumen. Also ist etwas unterhalb von dem hier. Und mit 900 Lumen wird die mal richtig warm. Also die kannst du im Winter als Taschenwärmer mitnehmen und schön leuchten lassen. Davon abgesehen, dass die ausschließlich 900 Lumen hat und damit nicht stufenlos regulierbar ist. Ja, einfach interessant, muss ich mal sagen. Ich habe den Test gemacht und zwar auf der mittleren Stufe. Ich habe die 14 Stunden getestet. Und ich muss euch sagen, es ist gehalten. Absolut haltbares Versprechen. 14 Stunden auf mittlerer Power komplett durchgeleuchtet. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die dann abgebaut hat. Und die ging nicht einfach aus, sondern die ging dann runter in den nächsten Modus. Das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise gehen die Lampen aus. Das heißt, man ist erstmal froh, dass man die Herstellerangabe erreicht. Und dann gehen die einfach aus und man hat halt keine Taschenlampe mehr. Hier ist es so, dass die runtergingen, zum Schluss sogar, bis runter auf Moonlight. Und das waren dann nachher fast 16 Stunden, die das Ganze hier gedauert hat. Also mit 14 Stunden war definitiv erreicht. Ich habe dann gesehen, ungefähr eine Stunde vorher leuchtete die Statuslampe hier vorne drin, die für meinen Geschmack ein bisschen heller sein dürfte. Die leuchtet erst auf grün. Das ist der normale Status, der bis zu 70% Kapazität anzeigt. Von 70 bis 15% Kapazität ist die Lampe gelb. Und das habe ich dann gesehen, gelb war die wirklich so kurz bevor ich sagte, naja, 14 Stunden ist ja jetzt gleich rum. Und dann schlug die auf einmal rum auf Rot. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt müsste das gleich so weit sein. Gleich musste die ausgehen. Aber ich habe immer noch fast eine Stunde gesessen. Bis sie dann raus waren. Also das war schon wirklich heftig. Ja, zu den Reichweiten vielleicht noch kurz erwähnt. Die Medium-Reichweite liegt bei 45 Meter. Dann haben wir 80 Meter für die hohe Stärke. Im Low-Bereich 15 Meter. Also so quasi vor der Füße kann man sagen. Und Moonlight ist ja irrsinnig zu erwähnen. Das ist halt wirklich nur eine Taschenlampe für mal eben kurz in einem Buch was lesen oder sowas. Und 135 Meter, und das testen wir nachher aus, 135 Meter in der Turbo-Variante. Das ist wirklich sehr kräftig. Wenn ich nochmal vergleichen darf, die hier gegenüber hier. Das ist übrigens eine Brynite B58U. Die hat eine Reichweite von 450 Metern. Auch sehr beeindruckend, aber hat natürlich kontinuierlich 900 Lumen an. Und ist ein ganz anderer Reflektor. Ist auch viel schwerer, hat aber die gleichen Batterien. So, zack. Und einmal rein. Man kann aber sehen, soll nicht erschrecken, einmal 900. Ich habe rein geguckt. Einmal hier den Turbo. Ja, aber in der Tura sieht das gleich viel geiler aus. Okay, was eigentlich auch mal wichtig zu erwähnen sei. Firma Olight kannte ich nicht. Ich kenne viele Chinesen, die versuchen, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Und als ich die Brynite hier bekommen habe, das war direkt aus China, von einem Chinesen, da fing der Spaß damit an, dass sowas hier fehlt. Ich hoffe, ihr könnt das gerade sehen. Das Zeichen hier in der Mitte ist CE. Das ist eine Konformitätserklärung dafür, dass das Produkt entsprechend sicher ist, etc. Ein Produkt einzuführen mit Elektronik, was kein CE hat, macht weder Sinn, noch ist das schlau. Natürlich, selbstverständlich, hat Brynite erstmal schon mal hier ein CE-Logo drauf. Das heißt, die machen erstmal alles richtig. Die liefern geprüfte Qualität aus, zugelassene Qualität vielleicht auch. Und dann kommt aber der nächste Punkt. Die Firma Brynite, ich kann das ruhig nochmal nennen, die gibt es nämlich nicht mehr für mich. Zumindest kann man die Produkte nicht mehr kaufen. Die sind weg. Ob die von jemand anders aufgekauft worden sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Anders ist das bei Olight. Ich war sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Firma Olight einen eigenen deutschen Shop hat. Und nicht nur das, der ist nicht nur gut übersetzt und gut gepflegt, nein, der ist auch noch mit einer deutschen GmbH und einer, ich glaube, einer deutschen Prokuristin sogar besetzt. Natürlich, klar, Geschäftsführung in chinesischer Hand ist logisch. Aber da ist wirklich eine deutschsprachige, die deutschsprachige, kann man sagen, eine deutsche GmbH dahinter gemeldet. Und das nicht erst seit letztem Jahr, sondern ich glaube, das war 2012 ungefähr. Also die sind schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und zwar als GmbH. Und bis heute haben die diese Lampenumlauf. Die haben immer wieder Fortentwicklungen gemacht. Das kann man auf der Webseite ganz gut nachvollziehen. Und wenn man da ein bisschen googelt und auch mal das ein oder andere YouTube-Video schaut, dann sieht man auch die Vorgängermodelle und wie die sich entwickelt haben. Und gerade das ist etwas, was bei mir Vertrauen schafft. Von daher kann ich euch definitiv schon mal empfehlen, wenn ihr eine vertrauenswürdige Taschenlampe haben wollt, die in einem Kaufsegment liegt, die man bezahlen kann, also nicht wie eine LED-Lenser oder eine Phoenix, die teilweise schon in den dreistelligen Bereich reinrutschen können, je nach Modell, dann finde ich das eine echt interessante Variante. Übrigens, Kaufangebot, ganz klar. Die Firma Olight bedankt sich bei mir für euch mit einem super geilen Discount. Schaut bitte einfach mal auf den Olight-Shop vorbei. Ich verlinke ihn unten in der Beschreibung. Und dort könnt ihr gerade auch am 25.01. haben wir so ein Spezialangebot für euch. 35% maximal könnt ihr da rausholen. Falls euch die Lampe wirklich interessieren sollte, klickt einfach auf den Link. Und ja, das wäre ganz nett. So, was haben wir noch? Ich habe mir überlegt, ich mache einen Test heute noch mit euch. Wir gehen raus, gucken uns den Lichtkegel an. Und dabei vergleiche ich ein bisschen. Und ach, Moment, ich wollte noch was anderes erzählen. Machen wir gleich weiter. Ich wollte euch noch was anderes zeigen. Ihr kennt sowas hier. Das da. Das ist ein normales Battery Pack, wie man das so kennt, wenn man irgendwie länger unterwegs ist. Das hat eigentlich fast jeder von euch wahrscheinlich zauber in der Tasche. Ihr könnt einfach hier euer Handy laden, mit USB einfach anschließen. So. Und dann zeige ich euch mal, was ist mir aufgefallen. Das finde ich auch gut. Solltet ihr mal die Pudons sagen, dass dieser Akku doch wirklich mal schwächelt. Und ihr müsst nachladen. Dann geht ihr hin und nutzt euer Battery Pack. So, einmal. Ihr seht schon, es leuchtet. Es leuchtet auch hier, grün, dass es bereit ist. Einmal andocken. Zack. Jetzt leuchtet es rot. Bedeutet, er lädt jetzt gerade. Natürlich durch das bisschen rumspielen, fehlt schon was. Jetzt kommt der Knall ab. Ich kann ihn in der Zeit weiter benutzen. Das heißt, der unterstützt je nach Gesamtleistung zwischen Batterie und Power Pack bis zu 400 Lumen unterstützt er da. Und das ist sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt weglebe und so, passiert nichts. Außer, dass der halt lädt. Weil der Strom anscheinend schnell genug nachrutscht. Also das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, sogar im schlimmsten Fall mit dem Power Pack das Ganze nochmal anzusteuern und das Ganze auch zu benutzen. So, kleine Stufe hier. Das ist jetzt die Low 15 Lumen nochmal. Vielleicht machen wir hier auch nochmal einen ganz kleinen Vergleich. Machen wir es mal weg. 15 Lumen. Mal eben aus. Was habe ich denn hier so an der Tasche lang? Ich wollte ein bisschen vergleichen. Ich habe hier ein Modell. Das ist von Aldi. Das ist eine 5 Watt Cree LED mit Zoom drin. Die ist echt cool. Und die kann man normalerweise werkseitig mit so einem Battery Pack hier bestücken. Das heißt, ihr habt hier drei A-Batterien drin. Gehen da rein. Zack. Und ihr hört schon dieses Knirschen und alles. Das ist also... So. Und das hier ist jetzt einmal die Stufe und das ist die kleine Stufe. Das sollten 40 Lumen sein, glaube ich. Und das hier... Moment. So. Das sind 120. 120 würde hier... Ach guck mal hier. 120 auch. Das ist die mittlere Stufe. Ich vergleiche das jetzt mal. Zack. Das ist jetzt die Moonlight. Stufe 2. Und jetzt kommt die mittlere. Zack. Schaut mal was passiert. Seht ihr das? Also die Helligkeit ist schon ganz anders. Dafür, dass es beides die gleiche Qualität sein soll. Aber okay. Wir sehen es gleich draußen nochmal genauer. Also, die Aldi nehme ich mit raus. Dann habe ich noch ein Schätze-Kick. Das war meine allererste Taschenlampe, die ich in dieser Größenordnung hatte. Und das Aufregende dabei ist, dass es so richtig so ein ganz kleines Ding war. Die konnte meinen Lünkern verschiedene Qualitäten. 180 im Turbo-Modus oder 100 im High-Modus. Also würde ich jetzt High mit Mittel vergleichen. Also 120 gegen 100. Aber ich sage euch jetzt schon, das ist die Original-Batterie dafür. Das ist auch so ein Problem, ne? Die Batterien sind sehr teuer. Kostet einer so 5, 6 Euro. Und die hält halt, wenn es gut läuft hier, im High-Modus 2 Stunden 20. So, das einmal. Dann mache ich die mal an. So. Wir gucken, das ist klein, mittel, groß. Und Turbo. Das ist die High-Variante. Noch mal vergleichen. Den gegen den. Ihr seht schon. Die Lichtfarbe. Hier ist sicherlich ein weißer, das weiß. Das ist eher ein kaltweiß. Das ist ein bisschen weiß. Also von Lichtfarbe ja schön. Aber die Ausleuchtung, wie gesagt, sehen wir gleich nochmal, finde ich hier deutlich cooler. Also, ne? So, und Zeit raus. Also auch die nehme ich mit. Das ist die EC1 von Nightcore. Und dann nehmen wir noch, waren wir schon drin, ne? Das große Schlachtschiff von Brineight. Das ist die 950 Lume. Alter, die brauchen die vergleichen. 950 Lume. Mit Gott vergleiche ich die denn mal? 950 Lume. Ach komm, lassen wir die einfach mal gegen die 15L 50 machen. Also ich mache mal den Turboschalter an. Das hier ist die Brineight. Gleiche Höhe. 1, 2. Zack. So, guck mal hier. Es ist zwar klar, der Kegel da, ne? Aber die tut sich da nichts, ne? Also hier ist natürlich ein großer Spot. Okay. So. Zack, aus. Zack, aus. Okay. Zack, zack, zack. Diese vier Taschen langen. Mit denen gehe ich jetzt raus. Wir haben gerade schöne Nacht draußen. Es ist immer noch ein bisschen Winter. Und dann testen wir mal, wie hell das Ganze ist. Euch wünsche ich dabei viel Spaß. Ich jedoch ziehe mir jetzt erstmal eine Jacke an. So ihr Lieben, ich bin vielleicht ein bisschen unscharf. Aber ihr seht, ich bin gerade im Scheinwerferkegel und stehe draußen bei minus 5 Grad. Und wie ihr gleich sehen werdet, ein bisschen Schnee haben wir auch. Egal, für euch mache ich das alles. Jetzt mache ich erstmal Licht aus. Und dann wollen wir gleich mal die Vergleiche machen. So, dann fangen wir mal mit dem schwächsten Glied der Kette einfach an. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe eine LED-Taschenlampe von Aldi. Ich mache da einfach mal Licht an. Ich glaube, da sieht man hier vorne in dem vorderen Bereich. Ich zoome mal ganz kurz ein bisschen den Punkt. Da. So, da seht ihr so ein bisschen, das ist jetzt auf Telezoom gestellt. Wenn ich jetzt größer werde, dann sieht man so ein bisschen, wie es aufzieht. Also, ihr seht quasi nichts. Das ist auch richtig so, weil die Taschenlampe kann nichts. Für mich so zu spazieren gehen würde das reichen. Für den Hundegänger natürlich auch. Für, ich glaube, 15 Euro oder sowas, was er kostet, macht man nicht viel verkehrt. Gucken, da hat man noch eine Stufe. Das ist das Blinken. Und dann ist das jetzt die helle oder die kleine? Das ist schwach. Blinken. Stark. So, nochmal geguckt. So, ne? Zoom kann nicht viel. Stecke ich mal ganz kurz zur Seite. Dann ist die nächste, nicht ganz so starke, darf aber auch die kleinste von ihrer Form. Das war die EC1. Wenn ich hier vorne so gucke, ihr seht schon, deutlicher Kegel zu sehen. Und dann gehen wir mal richtig weit. Achtung, jetzt gucken wir mal, wie weit sie kommt. Ihr könnt dort hinten so eine Art Balken erkennen. Oder etwas weiter links, das ist was weißes. Da kommt ein Baum, ja. Man kann so ein bisschen erkennen, dass mein Garten, und der Garten hat von hier, wo ich stehe, noch eine Tiefe von so circa 30 Metern. Also ich komme jetzt in dieser Stufe, ich muss gleich mal herausfinden, welche das war. Ich glaube, das ist die kleine Stufe, komme ich 30 Meter. Halt ich mal ganz kurz fest. So, Moment. Wie war das? Da. So, wie war das denn so? Na. Ach so, das war die helle Stufe. Alles klar. Ihr seht hier vorne so einen kleinen Lichtschein. Das ist klein, das ist mittel, das ist groß, klein, mittel, groß. Wenn ich jetzt festhalte, zack, das ist Turbo. Jetzt sind wir hier bei den, ich glaube, er wandert, ich weiß gar nicht mehr, 280 Lumen, glaube ich. Also wie wir sehen können, gerade das Tor von meinem Sonnen nach vorne, da sehen wir nicht mehr viel. Hier sehen wir den ganzen Schnee. Hier sehen wir ein bisschen Garage an der Seite. Das ist der Turbo-Modus. Und diese Batterie wäre jetzt in zwei Stunden leer im Turbo-Modus. Okay, deswegen spare ich mir die Batterie einfach mal. Die kommt raus. Dann nehmen wir mal mein Flaggschiff. Das, was ich bis jetzt als starke Taschenlampe genutzt habe. Wie gesagt, 900 Lumen, nur eine Stufe. Ich komme da langsam ins Bild. Ihr seht schon, oh ja, da kommt was. Auch ein großer Kegel. Und siehe da, ihr könnt sogar die Bäume erkennen. Aber was man auch sehen kann, dass es ziemlich zentriert ein Licht ist. Können wir das sehen? Dass hier genau mittig, jetzt gerade das Tor, der fokussierte Mittelstrahl ist. Drumherum, der Kegel oder Lichthof, oder wie man das nennt, ja, der ist schon sehr, sehr breit gefächert. Aber ich habe halt ein zentriertes Licht. Und das ist halt, wie gesagt, die Dauereinstellung. Und jetzt, meine lieben Freunde, von Olight, die S2R Barton II. Erstmal machen wir natürlich wieder das Mondlicht an. So, das ist nichts, dass ihr das sehen könnt einmal. Ich gucke mal ganz kurz so in die Kamera. Ja, so, hier, das ist es. Übrigens, ich habe die Kamera statisch eingestellt. Das heißt, sie verändert nicht die Helligkeitsempfindlichkeit. Ich habe einen 1000er ISO bei einer 2,8er Blende und 1,4 Sekunde Belichtungszeit. Also hier passiert jetzt gerade nicht viel. Ich kann nochmal eben kurz so davor halten. Ihr könnt jetzt erkennen, dass ich hier die Taschenlampe halte. Also das ist Taschenlampenlicht, ne? Mehr ist das nicht. So, und jetzt gehen wir mal in den Standardmodus. Moment, den Knopf wieder finden, da. Einmal festhalten, zack. Jetzt sehen wir, dass hier vorne auch nur ein sehr kleiner Schein ist. Das war die Low-Stufe mit 15 Lumen. Das ist eigentlich nichts. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt hier irgendwo so einen einfachen Weg langlaufen würde, könnte man schon damit ausleuchten. Ja, ist ganz nett. Aber ich würde eigentlich viel lieber damit spazieren gehen. Und hier sehen wir schon, es ist ein deutlich größerer Kegel. Allerdings sehen wir auch, der reicht nicht, um da hinten das Tor, die Hütte oder gar die Garage so richtig auszuleuchten. Ihr seht ja schon hier, das fehlt noch ein bisschen. Also gehe ich noch eine Stufe höher. Das ist jetzt die hohe Lichtempfindlichkeit. Und da sehen wir auch, ganz klar zu erkennen, die Hütte da hinten. Noch nicht so ganz klar da hinten das Tor. Und was wir aber auch schon jetzt erkennen ist, dass hier ein gleichmäßiger Ausleuchtungshof ist. Das heißt, die gesamte Ausleuchtungsfläche hat keinen wirklichen Spot, wie die Breenight das hat. Ich schalte die Breenight mal dazu. Achtung. So. Ihr seht erstmal, dass sich da nicht wirklich viel verändert. Schaut mal, wenn ich da ineinander fahre. Die ist natürlich ein bisschen heller, weil ich habe jetzt 900 Lumen gegenüber den 400. Also mal eben kurz die Hälfte. Und da ist der Spot. Siehste? Da. Zack. So. Aber wir wollen mal testen. Das, wie gesagt, ist jetzt die Olight. Da. Buschwerk. Viecherstall. So. Und jetzt, pass auf, ich gehe noch mal ein höher. Entschuldigung, habe ich in die falsche Richtung. Ups. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das war jetzt die hohe Stufe. 400 Lumen. Jetzt gehen wir mal Vollgas. Achtung. Zack. Und jetzt gucken wir hier. Überhaupt kein Problem. Genauso wie gerade. Ich schalte sie wieder dazu. Jetzt kommt wieder dazu die Greenight mit dem Spot. Ihr seht aber, viel heller wird es auch nicht. Das heißt, die kann richtig Gas geben hier. Ja. Seht ihr das? Absoluter Hammer. Ich finde das total toll. Schade nur, dass die natürlich aufgrund des kleinen Körpers und dann doch der Batteriestärke hier nur eine Stärke von zwei Minuten Leuchtkraft hat. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber guckt euch die Größe an. Da ist nicht viel dran. Und allein für die knappe halbe Minute, die ich jetzt hier schon mal gestartet habe, also die paar Sekunden, die wir sie an hatten, habe ich schon gemerkt, dass der Kopf gleich relativ warm wird. Okay, wir machen nochmal einen Extremtest, bevor ich gleich wieder reingehe. Und der Extremtest ist, ich gehe vorne auf die Straße. Wir haben eine Sackgasse und wir haben hier eine Tiefe von knapp 200 Metern. Und wir vergleichen nochmal, wie weit können wir denn hier wirklich in den vollsten Stärken die Taschenlampe scheinen lassen. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen mit der Kamera eingefangen. Ich hoffe mal. Also nochmal dranbleiben. Ich wechsle genau jetzt. So ihr Lieben, wir machen mal ganz kurz einen Test auf der Straße. Ich bin jetzt gerade hier circa 200 Meter bis zum Straßenende entfernt. Wir haben gleich zwei Fahrzeuge, die ja jetzt schon leicht hier so im linken Bereich, ich versuche es mal eben zu titschen, das ist schwierig so, auf jeden Fall hier so in der linken Hälfte sehen könnt. Und als erstes haue ich natürlich wieder mit der 900 Lumen Brineight dagegen. So sieht das Ganze aus, wenn ich die Fahrzeuge jetzt hier anleuchte. Ja, man kann also wirklich sehen, die 180 Meter, die ausgewiesen sind, funktionieren da ganz gut. So, einmal. Aber da braucht sich die Brineight, die Olight gar nicht verstecken. Natürlich fehlt der Kegel, das ist klar. Aber ihr seht auch hier, gar kein Thema, die Ausleuchtung auf dieser Strecke problemlos. Ja, so, und weil das Ganze nochmal Spaß macht, möchte ich gerne noch einmal aus dem Garten. Ich habe einen Effekt vorhin festgestellt, das zeige ich euch noch und dann gehen wir wieder rein, das ist nämlich kalt. Man kann nämlich auch schön Objektbeleuchtung machen. So, noch ganz kurz, bevor wir hier die Finger abfrieren, ein kleines Beispiel. Ihr seht gerade schon die Garagenbeleuchtung, auch ein LED-Licht. Knapp 500 Watt soll das sein. Leuchtet natürlich den Garagenteil ganz gut aus. Auch hier halte ich nochmal ganz kurz aufs Haus, unsere neuen 100er Brineight. Zack, auch hier sehen wir wieder den ganz klaren Kegel. Leuchtet sehr schön aus, das ganze Haus. Aber andersrum, zack, zack. Da, schaut euch das mal an. Das nenne ich mal eine Ausleuchtung. Hier sieht man das nochmal richtig gut. Moment, wir haben noch ein bisschen Schieben. Man sieht mal richtig gut, wie breit gefächert das Ganze ist. Das ganze Haus steht quasi jetzt im Lichtkegel. Das kann nur die Olight. Nochmal die Brineight rein. Ich habe zwar den Lichtkegel, aber die Ausleuchtung rechts und links ist ziemlich mager. Im Gegensatz zu der Olight. Hammer, ne? Okay, so. Jetzt wird es mir aber zu kalt jetzt. Jetzt muss ich aber rein. Boah, da war mal kalt draußen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch für das Produkt interessiert, wie gesagt, das ist unten verlinkt, schaut mal rein in den Shop. Wenn der Deal schon vorbei sein sollte, zeigt ein bisschen Geduld. Die hauen da immer wieder mal was raus. Und das lohnt sich wirklich. Ich glaube, die kostet sonst 69 Euro, sollen im Schnitt. Vielleicht auch in den diversen Portalen mal schauen. Da gibt es die dann auch nochmal. Kauft direkt bei Olight, weil beim Hersteller kaufen, da habt ihr den Zwischenhandel ausgeschaltet. Und ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen auf meinem Kanal. Falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Naja, gut. Ich wünsche euch immer wieder viel Spaß. Ich bin raus. Macht's gut. Und tschüss, sagt der Mirko. Bis zum nächsten Mal.